Der Hafen der kleinen Insel Aoshima im Süden Japans. Eine gar idyllische Szenerie, doch das Eiland hat eine ungewöhnliche Population. Rund 120 Katzen leben hier. Sie sind gegenüber den 22 offiziell geführten Bewohnern deutlich in der Überzahl. Auf der 13 Kilometer vor der Küste der Ehime-Präfektur liegenden Insel gibt es weder Geschäfte, noch Hotels, noch Sehenswürdigkeiten. Aoshima ist trotzdem zum Touristenziel geworden. Wegen der Katzen. Ich bin zum Entspannen hergekommen. Wie ich es so finde, es ist ganz lustig hier mit den ganzen Katzen. Ich komme auf jeden Fall wieder. Der kuriose Katzenboom hat einen eher traurigen Hintergrund. Die Insel war früher Heimat für mehr als 900 Menschen, meist Fischer und ihre Familien. Doch die Bevölkerung ging immer weiter zurück. Heute sind fast alle Bewohner Rentner. Die Katzen dagegen vermehrten sich munter und haben viele der leerstehenden Gebäude übernommen. Schon vor 25 Jahren war die Bevölkerungszahl unter 100 gefallen. Und dann wurde es nach und nach eine Insel der Alten und der Katzen. Manche Touristen und Einheimische füttern die Katzen, die sich ansonsten von Abfällen und aus den Gärten ernähren. Jetzt hat man begonnen, einige Kater zu kastrieren, um die Vermehrung einzudämmen.